Das kleine Haus im Grünen, so wird das Altenpflegeheim Gut Glesberg in Schneeberg gern liebevoll genannt. Dessen ungeachtet färbt sich auch hier im Oktober so manches Grün zu herbstlich bunt. Was liegt da näher als ein Herbst- und Weinfest? In diesem Jahr wurde das im Haus mit Hans Spielmann und Gespielen gefeiert. Es brauchte nicht lange, da hatte das Duo die Gut Glesberg-Bewohner mit Gesang und Animation auf seiner Seite. Es wurde mitgesungen, geschunkelt, geraten, gelacht und auch ein bisschen getanzt. Zum Herbst- und Weinfest wurde natürlich das namensgebende Getränk aufgetischt. Dazu wurden passende Leckereien serviert. Wer es lieber mit dem Bier hält, kommt im nächsten Jahr zum Zuge. Dann wird im Gut Glesberg wieder das Oktoberfest auf dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm für die Heimbewohner stehen. Beide Feste wechseln sich nämlich immer ab. So wird es also 2025 wieder ein Herbst- und Weinfest geben. Auf dem Fluss rumgetrieben. Auf dem Fluss rumgetrieben. Vielen Dank.